Papa schreit. Papa sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaut die Abendnachrichten im Fernsehen. Als sie zu Ende sind, macht er mit der Fernbedienung den Fernsehapparat aus und lehnt sich behaglich zurück. Da fällt sein Blick an die Zimmerdecke und er erstarrt. In der Decke steckt ein dicker Nagel und dringend um den Nagel ist der Putz abgeblättert. Papa steht auf, um das Unglaubliche besser sehen zu können. Dann geht er zur Tür, reißt sie auf und schreit mit Donnerstimme. Paul! Sophie! Paul und Sophie sind mit Mama im Bad und machen sich zum Schlafengehen fertig. Erschrocken schauen sie sich an. Warum schreit der Papa denn so? Fragt Sophie. Das wird er euch sicher gleich sagen, vermutet Mama. Und genau das tut er. Er ist sehr, sehr ärgerlich. Es ist nämlich so, dass er im Sommer das Wohnzimmer neu gestrichen hat und jetzt ist die Decke schon wieder kaputt. Und warum? Nur damit der Engel fliegen kann. Das ist doch... Papa fällt nicht gleich ein Wort ein, das beschreibt, wie dumm er Pauls prima Idee findet. Bescheuert! Sofort abmachen! Schreit er. Paul und Sophie haben die Köpfe gesenkt und trauen sich nicht aufzuschauen. Die ganze Zeit über hat Mama nur dabei gestanden und nichts gesagt. Jetzt legt sie die Hand auf Papas Arm. Da es nun einmal geschehen ist, könnte der Engel doch ebenso gut bis Weihnachten hängenbleiben, sagt sie vorsichtig. Davon wird der Schaden auch nicht mehr viel schlimmer. Meinst du nicht? Papa gibt keine Antwort. Er knurrt nur leise. Nach der ganzen Aufregung braucht er erst einmal Zeit, um sich zu beruhigen. Na schön, sagt er schließlich. Aber eine Strafe muss sein. Ich werde darüber nachdenken. Und jetzt macht, dass ihr ins Bett kommt. Kein Schlaft gut, träumt was Schönes. Kein Gute-Nacht-Kuss wie sonst. Leise schleichen sich Paul und Sophie aus dem Zimmer. Kriegen wir jetzt nichts zu Weihnachten? fragt Sophie bang, als sie die Treppe hinaufgehen. Paul hebt nur die Schultern. Am anderen Morgen ist Papa schon weg, als Paul und Sophie zum Frühstück kommen. Neben Pauls Tasse liegt ein Blatt Papier. Von Papa, sagt Mama. Du sollst es Sophie vorlesen. Papa hat in seiner schönsten Schrift auf das Blatt geschrieben. An Paul und Sophie. Dies soll eure Strafe sein. Wenn es schneit, auf dem Gehweg Schnee schippen. Uff, sagt Paul erleichtert. Schnee schippen ist keine wirklich schlimme Strafe. Und vielleicht schneit es ja überhaupt nicht in diesem Winter. Das kommt ja vor. Aber da hat Paul sich getäuscht.